Erkennungsmerkmal Holz. Wie sieht das Holz der Birke aus und welche besonderen Eigenschaften hat es? Das Holz der Birke ist weiß bis weiß-gelb gefärbt. Farbliche Unterschiede zwischen Kern- und Splintholz bestehen nicht. Birkenholz ist ein schweres Holz und dabei sehr haltbar. Es ist sehr resistent gegen Trockenheit und Feuchtigkeit, weshalb es in der Dreckslerei und Tischlerei einst sehr geschätzt war. Anwendung findet es heute in der Modelltischlerei und im Möbelbau. Darüber hinaus wird es zu Sperrholz, Spanholz und Furnieren verarbeitet. Birkenholz kann wegen seiner geringen...